Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der RE-MAX News und das ist unser erstes Thema. In einem bewegten Jahr wurden heuer erstaunlicherweise im ersten Halbjahr 3100 Immobilien mehr im amtlichen Grundbuch verbüchert als im ersten Halbjahr des Vorjahres. In der letzten Ausgabe der RE-MAX News wurde darüber berichtet, warum das so war. Die Entwicklung bei den wichtigen Objektgruppen der Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser sieht aber anders aus. Zum zweiten Mal in Folge ist der Eigentumswohnungsmarkt in Österreich nicht gewachsen, sondern zurückgegangen und zwar auf knapp über das Niveau von 2016. Mit diesem Thema haben sich die RE-MAX Immobilien-Experten auseinandergesetzt. So wurden im ersten Halbjahr 2020 in den amtlichen Grundbüchern 23.868 Wohnungskäufe registriert, um 4% weniger als 2019. Die Durchschnittspreise stiegen noch um 4,4%, aber nur mehr gut halb so stark wie im Vorjahr, da war noch ein Plus von 7,6% zu verzeichnen. Im ersten Halbjahr 2020 kostete eine typische Wohnung 216.227 Euro. Das knappe Angebot hat in vielen Regionen zu weiteren Preissteigerungen geführt. Bei Anlegern, aber auch bei Eigennutzern stehen Wohnungen weiter hoch im Kurs. Auch der Markt der Einfamilienhäuser war im ersten Halbjahr in Österreich rückläufig. Mit 5.017 Einfamilienhäusern hat sich die Anzahl der Verbücherungen zum Feuer um 5,4% vermindert. Die Kombination aus einer nach wie vor sehr guten Nachfrage, einem historisch niedrigen Zinsniveau und einem knappen Angebot hat auch bei Einfamilienhäusern zu spürbaren Preissteigerungen geführt. Der typische Preis für ein Einfamilienhaus in Österreich liegt bei 270.655 Euro. Die Preisentwicklung im Fünfjahresvergleich liegt somit bei beachtlichen Plus 38,5%. Die Auswirkungen von Covid-19 auf den Wohnungs- bzw. Einfamilienhäusermarkt werden erst im ersten Halbjahr 2021 sichtbar und spürbar werden. Für das erste Halbjahr 2021 erwartet man sowohl bei Wohnungen als auch bei Einfamilienhäusern ein leicht steigendes Angebot und weitestgehend konstante bis leicht rückläufige Preise. Besonders in den aktuellen Zeiten hat das Thema Wohnen nicht nur schöne Seiten. Und so ist oft eine schnelle und unbürokratische Hilfe vor Ort doppelt so viel wert. Remax und das österreichische Rote Kreuz haben schon über fünf Jahre zum Thema Wohnen eine Kooperation für Familien in Not. Im Jahr 2016 haben Remax und das österreichische Rote Kreuz den Remax Wohnungsnotfonds für alleinerziehende Mütter und Väter in besonders prekären Wohnsituationen ins Leben gerufen. Dieser Fonds bietet wichtige Überbrückungshilfen, wenn staatliche Hilfen fehlen oder bereits ausgeschöpft wurden. So wurde diese Aktion bereits für mehr als 230 Familien und 450 Kinder zum Rettungsanker. Um den Spendentopf zu füllen, stellen Remax Austria und Remax Europe einen Fixbetrag pro Immobilientransaktion in Österreich zur Verfügung. Ebenso wird der komplette Tombola-Erlös der jährlichen Remax Austria Convention für die gute Sache genutzt. Besonders erfreulich, die Zusammenarbeit wurde bereits auch schon für das Jahr 2021 verlängert, auch wenn coronabedingt die Remax Austria Convention im Jänner leider nicht stattfinden kann. Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise haben laut dem AMS Österreich deutliche Spuren am österreichischen Arbeitsmarkt hinterlassen. Kurzarbeit und Personalabbau betreffen immer mehr Österreicherinnen und Österreicher. Remax startete kürzlich eine Karriereoffensive und hält nun österreichweit Ausschau nach neuen Mitarbeitern. Werden Sie Teil der Remax Erfolgsgeschichte. Unter diesem Motto möchte Remax, die Nummer 1 am heimischen Immobilienmarkt, weiter expandieren und das österreichweit. Die Türe für eine Karriere im innovativen Netzwerk ist für selbstständige Franchise-Partner sowie für Immobilienmaklerinnen und Immobilienmakler weit geöffnet. Die Chancen auf Erfolg und berufliche Weiterentwicklung sind aktuell in der Immobilienbranche so groß wie kaum sonst wo. Remax bietet dabei von Beginn an professionelle Unterstützung und eine fundierte Ausbildung, um den perfekten Umstieg bzw. Einstieg zur bekanntesten Immobilienmarke in Österreich zu meistern. Als Mitglied des leistungsfähigsten internationalen Immobilienmakler-Netzwerks nutzen Sie von Haus aus alle Synergien für sich selbst und zum Vorteil Ihrer Kundinnen und Kunden. Besonders in schwierigen Zeiten einer der größten Vorteile im Beruf. Wenn Ihr Interesse geweckt wurde und Sie mehr über die Karrieremöglichkeiten bei Remax erfahren möchten, dann nützen Sie die neue Karriere-Plattform unter www.remax.at Das war sie, die letzte Ausgabe der Remax News in diesem Jahr. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten wieder viel Informatives über den Immobilienmarkt erfahren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns wieder in einem hoffentlich gesunden Jahr 2021. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.